Es gibt ein Thema, das kann sein, macht es mal einen Abend und dann machen wir den Abend. Und das ist genau so ein Architekturprojekt im Prinzip. Oder was ist schon Architektur? Vielleicht ist das uninteressant. Man nennt halt das aus unserem Berufsstand Architekten, aber eigentlich ist es schade, weil es ist natürlich viel breiter und deckt natürlich andere Sachen ab. Leider machen wir nicht mehr Abendessen, leider machen wir sehr viel heißer. Es macht eh viel mehr Spaß, Abendessen zu machen. Drei, zwei, eins. Wir sind Karamellarchitekten und das ist das Mies-Magazin. Vielen Dank.